Meine Damen und Herren, das ist nicht Franz Welser-Möst, es ist auch nicht Herbert van Karajan, das täuscht. Es ist der vollautomatisierte Dirigent GTX 2007, XL oder wie auch liebevoll von uns genannt wird, Sebastian, der Cyber-Dirigent. Sebastian ist ganz leicht mit dieser Fernbedienung zu bedienen. Wir haben die herkömmlichen Einstellungen wie Play, Pause und Stop. Und Play. Wir haben eine Volume-Control eingebaut, etwas leiser. Für die Untermalung bei Dinner-Partys oder ein ganzes Stück lauter. Für die etwas Gehörgeschädigten unter uns, sehr praktisch ist auch die Mute-Funktion. Und Stop. Und Play. Sind Sie nicht in der richtigen Stimmung? Gefällt Ihnen G-Moll nicht? Wie wäre es dann mit Cis-Moll? Ist Ihnen Moll einfach zu traurig? Wie wäre es dann mit Dur? Oder doch Moll? Oder doch Dur? Oder Moll? Oder Moll? Oder Moll? Wir haben auch einen langsamen Rücklauf eingebaut. Einen schnellen Vorlauf. Und ein Ultraspeed-Vorlauf. Und ein Ultraspeed-Vorlauf. Oder Moll? Musik Oder doch lieber den Rausch und fehlerfreien Klang der CD. Zu guter Letzt haben wir auch die verschiedenen Qualitätseinstellungen. Einstellung 1, der schlechte Dirigent. Musik Mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, mit mir, bitte, mit mir, bitte, mit mir, bitte, mit mir, bitte. Ruhe! Ja, danke. Also ich mache das so. Eins, zwei, eins, pa, 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 pa. Ja, wenn das nicht geht, dann mach ich eins, zwei, drei, vier, pa-pa-pa-pa. Und wenn das gar nicht geht, dann mach ich einfach nur vier, fünf, pa-pa-pa-pa, pa-pa-pa-pa. Und sonst geh ich einfach aufs Klo, ja? Vier, fünf, pa-pa-pa-pa. Ja, das war schon viel besser. Oder Einstellung zwei. Bei der Gemeindedirigent. Das war gerade falsch, von vorne bis hinten. Flöten, spielen Sie das alleine? Eins, zwei, eins. Was ist ja noch falscher? Haben Sie keine Ohren am Schädel oder was? Da gibt es nichts zu lachen, auch Sie nicht. Spielen Sie das doch mal mit Kniebeugen dazu. Aber im Tempo, ja, wenn ich bieten darf. Eins, zwei, eins. Und tiefer. Und sauberer. Und noch mal. Nein. 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 Vielen Dank.